Das Wort E-Learning kommt aus dem Englischen und ist die Abkürzung für Electronic Learning. Oft wird E-Learning auch als Online-Lernen, digitales Lernen, computerbasiertes Lernen, Distance-Learning oder Tele-Lernen bezeichnet. Letztendlich geht es um alle Formen des Lernens, bei denen elektronische oder digitale Medien zur Unterstützung von Lernprozessen zum Einsatz kommen. Diese Hilfsmittel können Computer, TV-Geräte, Mobiltelefone, Tablets oder auch das Radio sein. Mit zunehmender Verbreitung des Internets ist in den letzten 20 Jahren auch das E-Learning immer bedeutender geworden. Zu Beginn waren die Materialien jedoch nur Videos oder Audio-Mitschnitte von ganz normalen Vorlesungen, die dann zum Anschauen und Anhören veröffentlicht wurden. Seitdem ist E-Learning deutlich multimedialer, interaktiver und vielschichtiger geworden. Charakteristisch für E-Learning sind multimedial gestaltete Lerninhalte, die digital zur Verfügung gestellt werden. Digitale Interaktion zwischen Lernenden und Lehrenden und Orts- und Zeitunabhängigkeit des Lernens. Dabei kommen die verschiedensten Formate und Werkzeuge zum Einsatz. Die Nutzung digitaler Medien kann in E-Learning-Formaten unterschiedlich hoch sein. Beispiele sind Blended Learning, Flipped Classrooms, Webinare, MOOCs und virtuelle Klassenzimmer. Werkzeuge, die beim E-Learning unter anderem verwendet werden, sind Videos, Podcasts, Blogs, Foren, virtuelle Lernplattformen, Wikis, soziale Netzwerke und Onlinespiele. Heute ist E-Learning eine nicht zu unterschätzende Geschäftsbranche. 2013 schuf sie in Deutschland knapp 6000 Arbeitsplätze und setzte 600 Millionen Euro um. Weltweit hat der E-Learning-Markt allein im Jahr 2011 rund 35 Milliarden US-Dollar wirtschaftet. Vor allem in Entwicklungsländern in Afrika, Asien und Südamerika wird von einem Wachstum von bis zu 17 Prozent bis 2016 ausgegangen. Hauptgründe dieser Entwicklung sind Programme gegen Analphabetismus in ländlichen Gebieten und die rapide Verbreitung von mobilen Technologien. Es bleiben die Fragen, was sind die Vorteile des E-Learnings gegenüber traditionellen analogen Lernmethoden, wie sehen aktuelle Herausforderungen des E-Learnings aus und in welchem Kontext findet E-Learning statt. Mehr dazu im folgenden Text und auf werkstatt.bpb.de.